Hallo und grüß euch. Was ist jetzt wieder? Das ist die Katze, die nehmen wir nicht mit, aber morgen geht es dann los. Heute ist der 8. August und morgen geht es los. Wir fahren mit der Westbahn zum Mittag von Wien nach Salzburg und dann beginnen wir dort den Tauernradweg. Wir fahren von Salzburg nach Zell am See und weiter zu den Grimler Wasserfällen und dann wieder zurück bis nach Bischofshofen, Werfen, dann weiter nach Salzburg und weiter hinauf nach Burghausen und am Schluss werden wir dann in Passau sein. Das werden wir uns dann noch ein oder zwei Tage in Passau anschauen und dann fahren wir mit dem Zug wieder zurück nach Wien. Wird sicher eine Wahnsinns-Tour. Es sind über 500 Kilometer und wir freuen uns schon total drauf. Ja und es wird mich auch freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag und dann geht es morgen los. Bis dann. Okay, jetzt zeig. Wir sind jetzt am Salzburg am Hauptbahnhof. Was schaut es da aus? Totaler Stress, aber wir haben es geschafft. Alles ist dabei. Wir haben nichts vergessen. Prost. Hätten eine Tasche vergessen, aber dann doch nichts. Fangen wir da oben in den Aufzug. Am Fuße der Hohen Salzburg. Da stehen wir jetzt. . A l700 A l500 i-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m черten that Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020